ja willkommen mein name ist aniel p und begrüße euch zurück zu let's play tales of xylia 2 in der letzten fall da haben wir übelst aufs maul bekommen vom super sergeant wingal und ja ich hoffe das erinnert sich in diesem part und ich gehe jetzt mal kommentarlos auf die dinge weil ich muss mir echt angewöhnen vor jedem bosskampf diese verdammten gemüsesticks essen mein gott so jedenfalls am level kann man schon ein bisschen erkennen dass ich wieder was gemacht habe ich habe bis zu level 42 trainiert weil ja kaios war ein level höher deswegen ist er 42 und 41 da habe ich noch ein paar interessante sachen gelernt und zwar ab level 40 hat jeder charakter machtladung 3 gelernt was ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht so top finde aber was ich noch gelernt habe auf level 42 mit kaios war das ja speziell ja mystische art bei verbundenen arts in grenzüberschreitung mystische art des anführers gleich x halten mystische art des partners l1 plus x halten sehr schön das heißt wir können endlich mal mystische arts raushauen das finde ich richtig geil deswegen ja guck mal was kann ich erst mal rausnehmen oder tätig gerne drinnen hier wird erst mal raus und dann treiben ballern dann hoffe ich dass ich mit kaios eine erst mal raushauen kann so allem cool ich habe natürlich wieder nichts neues gelernt außer ja diese dinge hier meine ich höre angriffskraft und sobald alles hier bei meinen alten techniken weil ich da sogar verdammt weit schon bei hier bei wasser da lerne ich irgendwie gar nichts neues mehr hatten aber ich habe keine neue attacke und so gelernt also ja so da könnte ja schon mal sehen was da ist ausgerüstet und ja meine katze ist zurückgekehrt glaube ich ja ob es ging natürlich auch wieder ein paar geschickt und jetzt schicken wir noch mal eine und jetzt müsste ich danach was kriegen sehr schön arzt und so habe ich schon alles abgeklappert worden waffen und so weiter habe ich auch ein paar sachen hergestellt zum beispiel den schutzhelm mir habe ich extra gestellt oder ja den schutzhelm den katzen habe ich glaube ich auch wo es schutz ein paar sachen habe ich gekauft habe ich hergestellt und so also ja sehr schön da jetzt aber genug gerät einen kampf ich möchte wieder aufs maul bekommen also mit den gemüses tics wir suchen mal die andere auswahlmöglichkeit in der kompensation hier zu nehmen zu gucken was jetzt hier passiert ja dauert leider noch ein bisschen ich kann auch nicht überspringen ich bin aber zum Beispiel ich bin wir müssen ja ich bin ja ich bin ich bin im das ich bin das ich bin okay Was zur Hölle? So, ich will auch nur mit euch sprechen. Hey, Bonuspunkte bei Gaius. Das müsste eigentlich genau das gleiche passieren, ne? Okay, jetzt glaube ich genau das gleiche. Deswegen, direkt zum Kampf. Ja, okay. Es kommt trotzdem zum Kampf. Wer hätte erst gedacht? So, ganz vorsichtig. Du bist schwach gegen Wind und Feuer. Ne, Quatsch. Gar nichts gegen Schwert bist du. So, das ist der Divergence-Katalyst. Das ist anders von meiner Söhne. Er ist ein Buster. 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 Er ist ein Buster, der mit ihnen immer verbindet wird. Er kommt davon, wenn man immer trainiert, ey. Ich möchte diese ganzen verbundenen Titel und so haben. Und deswegen. So. Läuft schon ein bisschen besser. Ich soll gefühlt. Warum wärst du? Ach so, ja, verdammt. Das Schwert. Warum darfst du mir ein neues herstellen? Wenn das sowieso nichts bringt. Der ist aus dem Maul. Zack. Der hat jetzt das Feuer angefangen. Vielleicht soll ich versuchen, diese Feuerausrüstung auszurüsten, also die dagegen abwehrt. Wow, das bringt es auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall eine mystische Art raushauen, wenn es geht. Oh, sehr gut. Ich glaub, dass ich überpowered bin. Dann kriegen wir noch voll aufs Mord. Ah. Okay. Ah, der wechselt vielleicht die ganze Zeit. Sagen wir mal, ich krieg die Krise. Warte mal. Ist der mal gerade die stärkste Waffe von allen? Nö. Nö. Bitte. Warte mal. Ah. Naja, ja, nur mal. Vernappd mach man, nein. Der Zeine sehr unter Der Schwerter rausk wollt. Ich würde gerne Dämonen Chaos eingesetzt. ich denke ich auf dem out von uns jetzt das ist noch einer auch gott das war übrigens weil er gibt immer so warum ja komm mal her wüste gerade sie hat viel ab vielleicht ein bisschen früher später einsetzen sein aber es ist noch keiner verreckt das gut ja ich könnte ja mein konter einsetzen gegen mingau aber er hat zwei verwandlungen aufeinander ist auch voll episch sein rechten zweikampf mit denen so abgefahren mal erwähnt sich aber die orangen kommen sie fliegen die ganze zeit durch die gegend was klauen wenn es geht also bestimmt was schön ist weil ich von der klang kann ja gibt es heute hast du jetzt gibt uns hier voll aufs maul ihr geblieben oh nein motto meri ist dann knapp ein reingesort ja fast nein ich war ein mieter ist tot man kann ich eigentlich aus meiner verwandung auskommen wie er mystic art ich bin ja echt noch aufs maul und klauen mal was ich höre mal was für einen clown aber geht nicht anscheinend er bleibt mir am boden wir kennen das von dem clown aber geht anscheinend nicht höchstisch was aber sehr schön wieder mein gott geht weg von ludkai wieder den volk krippelt ja deine haare brennen ja scheiß drauf und sowieso nicht dazu zu klauen Guck mal her Wie der nie sein verkacktes Schwert draußen hat da geben wir richtig auf den nerven noch am ende da spreche ich mir lange nicht auch das habe ich ihnen jetzt ja so richtig kaputt knüppel war mein gott und setzte einen angriff ein und gar ja das war sehr blöd von dir es kommt gleich eine richtig dicke mystikart auf die stoße aber der kampf geht schon wieder so lange zack oh gott oh gott muss das sein einfach wundervoll ja oh gott boah willst du mich auf den arm nehmen hey meine mystikart der hat einfach unterbrochen ich krieg die krise ich wollte meine mystikart raushauen und den kaputt sauen jetzt warum ist er jetzt tot kann immer jemand wiederbeleben danke so komm her warte bricht er einfach meine mystikart die krise ich mag dich so vom design und krater ja aber trotzdem das ist immer jetzt genug ich habe keine tippe jetzt noch eine mystikart rausholen dann kriegen wir probleme er war jetzt einfach bist du noch ein bisschen die krise die krise oh ja der war ging wieder gerichtet da war nur einer eine bin ich da habe ich für ich habe keine tp irgendwas zu machen kommt okay dann setzt ihr immer ein jawohl oh mein gott gibt es doch nicht ich mache das muss ich mache das muss getan ich habe gedacht dass du das sagst gaios kloß was monster vernichter ja genau ein kampf fehlt mir noch für diese trofee oh man mystische art bei gegnern manche weine sind ebenfalls in der lage mystische art zu verwenden wenn sie sich im zustand der grenze beschreitung befinden können sie ihre mystische art aktivieren indem sie sich mit einer arkana verbunden haben in den massiven schaden zu vermeiden der vom mystischen art seiner fein ausgehen kann gibt acht dass sich deine gegner nicht mit ihren arkana verbinden erscheinen kann es bedeuten dass ein arkana unmittelbar bevorsteht ja wenn ich gut hatte so pünktlich sagt soll sie sich als level 42 du kommst du hast außer mir aus irgendeinem grund okay so da war ja lustig war auch lustig erster save me please sit upon that throne means embracing the needs of the many and forsaking the needs of the one to rule is to accept a lonely life the king must discard his own sense of self it was too much for me indeed was ist ein schwettingstück ich lege das rest zu dir äh seid ihr euch da sicher gaios jetzt brauche ich keine punkte habt ihr schon vergessen dass meine reason für das zu kommen war um dich zu beurteilen hey AHHHHH 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 Schau, Luger, der Wegmarker! Ich, um, hey, du hast recht gut gemacht da. Hm, weil ihr stark seid? Weil ihr es mochtet zu herrschen? Hm, was nicht das? Weil ich stark bin, Herr. Welche Kraft, die ich hatte, wurde von denjenigen, die mich unterstützten. Die, wie die Khmeriand, von anderen. Vielleicht ist sie ein Verbrechen. Ich kann sie einfach nicht nehmen. Schau mal meine Sprache, Luger. Es gibt eine Lehre. Ich bin nicht mehr so, dass ich nicht leben kann. Die Verbrechen die Welt braucht ein Gefühl der Entdeckung. Das wird die stärksten. Wenn ihr weitergeht, dann wird die Isolation einen Tag. Isolation bedeutet, dass sich alleine sein, richtig? Also, es gibt kein Problem, denn die Luger haben uns alle! of us. That's big talk from a little girl. Talking is my speciality. You know Gaius, they say the more the merrier about a lot of things, including support. I suppose you're right. Feel free to call on me if you ever need help. Or if you just feel like grabbing a drink. Wow, nicely done, Luger. It's not every day you become drinking buddies with a king. You picking up the tab? No, we'll split the bill evenly. Haha. Guess you're not that close of a buddy. Man, I'll be an old lady before I can finally publish this story about Gaius. Findest du das in Ordnung? Veröffentliche ich ihn einfach unter einem Pseudonym. Was? Nein, das ist irgendwie komisch. Dann reißt du uns den Hintern auf wahrscheinlich. Ich bin der einfachste, aber ich weiß, dass es viel passiert ist in diesem Hedipis. Wenn ich in die Zeit und Effort setze, weiß ich, dass ich herausfinden werde, was Gaius Tick macht. Kindlich das gleiche mit dir. Aber keine Frage. Ich werde nicht etwas schreckliches Zeug erzählen, du weißt. Okay. Kapitel 8 abgeschlossen. Geiles Prüfung. Wunderbar. Und nun... Long Daus Staub. Ich wollte schon sagen Long Daus Staub oder so. Und da ist wieder vieles passiert. Ich konnte da gar nicht so schnell lesen, hallo? Oh. Okay. Wird er sich jetzt angesprochen, oder was? Hey, ich mag deine Klappen. Sieht, wie wir und ich sehen Augen zu Augen, wenn es mit der Klappe kommt. Der König und ich. Der König und ich. Hey! Deine Klappe ist los. Du musst mehr Effort in deine Appearance legen. Oh Gott! Du bist jetzt ein Agentur. Verhältnachbarer Prozess. Aber ich werde weiterhelfen. Hey, hey, hey! Hörst du die Nachrichten über das Shandu-Coliseum? Was? Sie haben jetzt einen Krieger für Tag-Rattles gewonnen. Das ist ein süßes Pferdwerk. Und ihn? Hmm. Es ist etwas, was ich wünsche, dass du dich zu haben. Und hat keine großen Wert. Ich glaube, du hast es zu gutem Use. Ich brauche es. Gehe es! natürlich war okay wir können das egal okay die haben wir allerdings jetzt gelernt spezial also erstmal alle ausrüsten damit realisiert irgendwie nicht spezial bekommen na gut warum nicht dass man das mal ich gebe die ganzen charaktere ja wahrscheinlich noch mal ausgehen durch so weit wollte ich noch haben katzenkrieg ist mein katzen zurück ja voll geahmte brille ja dann nix neues war ich will neue sachen haben es war neues ok dann würde ich sagen wir machen das in der nächsten folge weiter weil was auch immer und ja ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge